Das Restaurant Lukas aus Schwarzheide hat ab sofort wieder täglich geöffnet. Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 23 und am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr. Am 21. Oktober lädt das Lukas gemeinsam mit dem MR Hotel zum Tag der offenen Tür ein. Von 11.30 bis 18 Uhr können Sie sich einen Blick hinter die Theke erlauben. Und da es in der Vergangenheit eine enorme Resonanz auf die Dinnershows gab, geht es jetzt weiter. Am 6., 7. und 8. Dezember gibt es die Wikinger Dinnershow mit einem Drei-Gänge-Menü und einer Show, die die Wikinger aufleben lässt. Hier ist eine Anmeldung natürlich erforderlich. Zeitiges Melden sichert den besten Platz. Wenn Sie Ihre Weihnachtsfeier noch nicht geplant haben, dann freut sich das Lukas über Ihre Reservierung. Ab 5 Personen gibt es sogar einen Glühweinempfang und eine kleine Überraschung. Für den 25. und 26.12. können Sie sich jetzt schon Ihr Weihnachtsbuffet buchen und wenn Ihnen das an dem Tag nicht reicht oder Mittag lieber selber kochen, dann können Sie am Abend des 25.12. zur Cocktail- und Longdrink-Special-Night gehen und den Tag gediegen ausklingen lassen. Silvester ist ja auch nicht mehr so lange entfernt. Hier können Sie jetzt schon Ihr Drei- oder Vier-Gänge-Menü buchen. Kinder sind herzlich willkommen. Sie zahlen lediglich die Hälfte. Am Neujahrstag mag ja keiner so gern kochen, also nutzen Sie die Chance, schlafen Sie lange aus und gehen dann anschließend gleich zum Branchen. Von 10 bis 14 Uhr können Sie das neue Jahr perfekt starten. Telefonisch erreichen Sie das Team vom Lukas unter 035752 969141 oder schreiben Sie eine E-Mail an kontakt-at-lukas-schwarzeide.de Das war der Kulturtipp aus Schwarzheide. Wenn auch Sie einen Tipp für uns haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an marketing-at-wmz.de oder rufen Sie uns an unter 03574 49 3064. Ihr Kulturtipp ist bei uns bestens platziert. Hier geht es jetzt weiter im Programm. Das Mückenberger Ländchen aus Lauchammer hat schon des Öfteren seine Türen für uns geöffnet. Heute stellen wir Ihnen die Tagespflege vor. Wir sehen uns beim nächsten Mal.